Hallo Leute, ich wollte euch etwas sagen, was mich betrifft und zwar, heute ist mein Geburtstag. Ich bin gerade aufgestanden und dachte, mein Rücken tut weh. Aber dann wollen wir jetzt mal auch nicht so lange rumquaken. Ich wollte euch auch noch etwas sagen und zwar, just a prank. Ich war schon wach. Bies. Und ich habe heute Geburtstag und ich wollte euch einfach mitnehmen, so in meinen Alltag, wie das an meinem Geburtstag so abläuft. Es steht ganz viel an, aber ihr werdet es ja in diesem Video sehen. Ich spoiler extra nicht. Ja, viel Spaß. So, wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt hier bei meinem Greenscreen. Ich werde jetzt einen Fortnite-Challenge mit dem YoSok YouTube drehen. Dieses Video kommt auch irgendwann, vielleicht nächste oder übernächste Woche, keine Ahnung. I don't know, sorry. Auf jeden Fall, ich drehe jetzt, aber danach geht es weiter mit dem Vlog. Und auf jeden Fall gehen wir dann zum Vlog-Haus, weil ich mir gewünscht habe, da zu essen. Ich liebe das Vlog-Haus. Vor allem das Spaghetti. Ach, egal. Wenn ihr alles denkt. Fortnite-Challenge nur eine Tour. Audio-City ist an und Bandit ist an. Ist bereit. Wir haben nur drei Versuche, ne? So, begrüßt mal die Leute. Ach ja, jetzt haben wir gedreht, aber es ist leider nur ein Teil fertig geworden. Und zwar, weil die Technik versagt hat. Was heute leider viel zu oft passiert. Leider. Lieber YoSoks, ich möchte mich nochmal entschuldigen hiermit. Und wollte sagen, das holen wir definitiv nach. Und wir sehen uns dann, wenn es soweit ist. Und die Zeit ist mit uns jetzt weggelaufen. Und deswegen gehe ich jetzt zum Vlog-Haus. Und dort treffen wir meine Familie und essen noch was. Wir sind jetzt angekommen beim Vlog-Haus. Und ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal los. Und ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal los. und jetzt fahren wir zum oktoberfest so jetzt sind wir beim oktoberfest und zwar könnt ihr das jetzt hier im hintergrund sehen und dann werde ich mal ein paar stände abklappern irgendwie einfach spaß haben so 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 Bis zum nächsten Mal.